Ich möchte nicht übersetzen, was der Dürk gerade gesagt hat. Nein, es ist nicht jugendfrei und wir sind ja an einem Nachmittag zu machen. Jetzt ist es ja auch bereit, in die Hose hineinzugeben. So, der Michael ist also schon dabei, hat jetzt den ersten Schlittschuhfest gemacht. Ja, der ist irgendwie keine andere Taktik, der nimmt man so jetzt den Oberkörperschutz, den er also festmacher, weiß ich. Doppelton muss gemacht werden. Ja, machen wir auch wirklich Doppelton, du musst es hier mischen. Ja, der Dürk ist, dass ich jetzt nicht so weit, dass er den ersten Schlittschuhs gemacht hat. Wichtig ist natürlich, dass ich bei der Rüte da keine Frage hätte. Darauf muss ich natürlich auch schon, dass ich mir das professionell auch noch meinen, weil ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe auch schon mal Kontakt mit dem E-Sport gehabt. Und auch schon mal da was mit dem E-Sport gehabt habe. Alles klar, danke schön. So, wir sind also immer noch mit dabei. Spannung ist noch da. Michael und Dürk. Dürk sind noch dabei, den zweiten Schlittschuh. Den ersten Schlittschuhfest zu kriegen, aber er hat ein paar Probleme mit dem Schlauch. Und siehe ich gerade. Nein, er hat keine Probleme, sagt er. Dürk hat prinzipiell keine Probleme. Michael legt jetzt schon die Schützer für den Elbungs an. Jetzt zieht er das nicht hoch über. Die Reifung stimmt und wir warten, aber den Schützer ich dann bestätigt. Zweimal in den Strafe. Uli, du musst da weg. Uli, ich bin am Teil. Uli, ich bin am Teil. Uli, ich bin am Teil.